Sturm der Liebe, Versöhnung für Natascha und Michael In der neuen Folge von Sturm der Liebe kämpft Michael weiterhin um seine Ehe mit Natascha. Er erinnert seine Ehefrau an die schönen Zeiten, die sie als Paar gemeinsam erlebt haben. Ist die Ehe so noch zu retten? Zwischen Natascha, Melanie Wiegmann und Michael, Erich Altenkopf, scheint es bei Sturm der Liebe nun endgültig vorbei zu sein. Sie kann ihm einfach nicht verzeihen, wie er mit ihr umgegangen ist, als sie ihm mit seiner Sucht helfen wollte. Michael ist inzwischen jedoch zur Einsicht gekommen. Der Arzt will um seine Ehe kämpfen, doch dafür ist es möglicherweise zu spät. Nachdem ein Treffen zwischen ihm und Natascha nicht geklappt hatte, versucht Michael aufs Neue, seiner Frau zu beweisen, dass er sich geändert hat. Er erinnert sie an frühere Zeiten, als das Paar noch glücklich war. Allerdings scheint dies keine Wirkung auf die Blondine zu zeigen. Verlässt Natascha Michael jetzt endgültig oder kann der Arzt seine Frau doch noch zurückgewinnen? Sturm der Liebe, Nadja zieht mit Christoph an einem Strang. Währenddessen will sich Nadja, Annalena Kless, bei Sturm der Liebe am Fürstenhof mehr Einfluss sichern und nimmt an geschäftlichen Entscheidungen teil. Dabei schlägt sie sich auf Christophs, Dieter Bach, Seite. Wie dieser sowie ihr Martin, Florian Frohwein, darauf reagieren, seht ihr im Video. Wie es bei der Telenovela weitergeht, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Dienstag um 15.10 Uhr in der ARD. angekommen. Wie ist es, Leute? Wie ist es? Das Mal ist. Wie ist es? Wie sind es? Wie ist es? Vielen Dank.